Ihr nicht erscheinen wurde zur Kenntnis genommen. Was bringt mir das jetzt zu? Oh scheiße. Beugen Sie sich im Gesetz. Du kannst nicht feuern. Aber was? Wir können auch auf die Kanonen schießen. Jetzt ist das das. Das Rätsel ist nur so. Hier bin ich doch. Aha, okay. Ich muss die Dinger ausschalten. Okay. Die kann ich nicht ausschalten. Die Schütze kann ich nicht ausschalten. Die sagen, das macht das zerstört. Okay. Ach, die schießen dann für mich während ich hier. Das habe ich jetzt noch nicht wirklich kritischen Charme gekriegt. Wenn das im Rahmen... Hier bin ich doch. Ich muss nur auf das Auge schießen. Da bin ich. Da bin ich. Da bin ich. Da bin ich. Da bin ich schon. Ah, okay. Ich kann doch was erreichen. Ich kann die Schütze doch ausschießen. Da bin ich. Da bin ich. Aha. Ich verstehe. Hat eine Weile gedauert, aber... Jetzt verstehe ich, wie ich das Ding ausschalten kann. Das ist mir zu nah. Ich befehle ihnen zu erscheinen. Um ihre Besten zu erhalten. Die bin ich. An Hülle. Sehr schön. Der Richter ist kaputt. Bei der Linke meine ich. Sie können sich nicht ewig entziehen. Soha. Das Ding ist direkt über mir. Das Ding ist direkt über mir. Der Treffercode von dem Ding ist bisher... Nicht auch schlecht. Na komm. Nice. Jetzt kann ich nicht mehr schießen. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Nein, komm. Hören Sie zu. Wenn Sie direkt runter das Drauge von London gelangt. Können Sie auf den Antrieb ziehen. Direkt runter. Das kann ja nur schief gehen. Wenn Sie auf den Antrieb. Sie müssen direkt runter in sein. Hoch gehen. Auf den Scheiß. Jetzt wird es ernst. Und der Heilung ist schon aufgebraucht. Jetzt. Ja komm. Na. Warum kann das noch schießen? Warum macht das Auge auf? Ach Scheiße. Okay. Geil. Hier ist noch ein Midi-Prick. Ich befehle Ihnen zu erscheinen. Um Ihre Bestrafung zu halten. Nein, das ist schlecht. Ich bin jetzt bei einem Weg los. Na komm. Mach auf. Auf. Oh oh. Ab in den Schützenkram. Auf. 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 Na doch. Auf. Auf. Die beschädigen Stadt. Auf. 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 Scheiße, scheiße, scheiße. Der Lung. Das ist mir gerade scheißegal. Was zum Hacker? Jetzt auf einmal schwächeln. Ich stelle noch einen Brenn davor. Ja, geil. Geh von der Straße gegen den Freien. Ergeben Sie sich. Das wird doch nichts. Ich könnte noch nie besonders gut ran. Ich muss direkt doch runter stehen. Was soll das werden werden? Wirst du das werden, wenn es fertig ist? Ja. Alter Schwede. Einmal treffen noch. Okay. Ich fühle mich hier noch umweilend. Ist mir die weg. Na komm. Komm. Ah, komm schon. Ach du Scheiße. So. Hier ist noch ein Mini weg. Hier ist der Bein im Weg Spot. Hier ist der Bein im Weg, oder was? Ja, natürlich. Mach es mir nicht zu einfach. Hier ist der Bein. Das ist der Bein. Komm schon. Hier. Und verlassen Sie unverzüglich die Beschädigung von Staatsanwalt. In die Mitte. Fantastisch. First Try! Ist das großartig. Buscam First Try. Geil, Omrod. Ich weiß viel über Sie. Wir haben den selben Namen. Ich hab den einfach für zwei geschafft. In Amerika nennt man mich Death Head. Gefällt mir nicht. Ich bin ein glücklicher Mann. Schauen Sie her. Es klingt so negativ. Sagen Sie es richtig einmal. Sagen Sie es korrekt. Tut den Kopf. Das klingt besser. Kapitän, warum sind die Übel aus? Überraschungsangriff. Konnten Sie nicht abwehren? Alle sind weg. Ich hab das tragbare Pumpgerät. Sie sind hier drin. Und jetzt in den Park. Wir müssen fahren. Wir stecken ordentlich in der Scheiße, Johnny Cowboy. Hoffentlich kommen wir noch rechtzeitig nach Hause. Berlin. Bitte kommen, Berlin. Dies ist Ihr Status. Nicht Übel auskennen. Halten noch durch, aber nicht mehr lange. Totenkopsleute sind überall. Ach du Scheiße. Ihre alte Freundin Frau Engel befähle ich den Angriff. Totenkopsleute, die ihre Taten im Lager befördert haben. Caroline und ich. Wir verstecken uns im Hubschrauberhangar. Sind Sie hier fest? Vollständig umzingelt. Hier geht's drunter und drüber. Haben die anderen verloren? Sie sind entweder tot oder verstecken sich. Oh, Max. Sie werden uns alle finden. Ist nur eine Frage der Zeit. Ach, Scheiße. Es sieht schlecht aus. Es tut mir leid. Ich wünschte, du hättest Mesquite im Abendort sehen können. Das würde ich dir zeigen. Oh. Max kommt zur Welt noch. Fantastisch. War das nicht? Das war doch der... Wie hieß der der? Sein Freund. Scheiße, Mann. Diesen abladen. Alter Schwede. Wie kann Bosskampf... Fürst... Das meine ich. Dieses Spiel ja mal wieder. Bosskampf Fürst 2. Aber dann von der Drohne ausgeschaltet. Ich liebe es. Was... Gibt es irgendwo Reihung? Bis nachher endet die Pilt, muss ich mal wieder 40 Eingungsgeviel Oh, Scheiße, ich dachte ich könnte reingehen Wie ich das liebe Ich habe euch erwartet Jetzt kommen die Drohnen Ah, Scheiße Das verfickte Nachladen Meine Brisse Wieder bei 40% Am Arsch Jetzt kommen die da drüben Alter, wie viel hältet ihr aus? Sie müssten mich verarschen Zumindest noch so einer Alter Alter Sehr schön Drin sind wir Ähm Max Nein, die schießt noch Max Max hat sich geopfert Verdammt Sie werden alle zur Totenkopfbasis gebracht Hat er sich gerade wirklich für uns geopfert Verdammt Verdammt Dann versuchen Sie es leise, okay? Also Käpt'n Wir haben noch einen Hubschrauber im Hangar Sie müssen dich beeilen Können wir ihn uns schnappen Und unsere Leute befreit Kommen Sie Schnell Das ist jetzt in unserem Versteck Unsers Zum Hangar muss ich Der Hangar muss sich Der Hangar ist viel lang, oder? Nicht da runter Dieser Verwüstung Finde ich hier gar nichts mehr Ach, hier muss ich lang Ach, du Scheiße Sollte besser lang Anwesendung erfinden Alter Schwede Ach, hier haben sie wieder so'n Ja, Scheiße Ähm, Arsch, Alter Auf die Tricks war ich nicht vorbeheut Jetzt Eine Scheißfrisse Untertitelung des ZDF O ER, wer vor ist ja Die Tricks Die Tricks Ben, we準備 eine Tricks die Tricks Na, weg Ich habe das Gefühl, die Heilung, die da ist, muss später. Die Blaster, das ist kein Versteckengel gut eingedrungen. Die Blaster, das ist kein Versteckengel. Das ist schlecht. Die Munition, mit dem ich den Typen da oben aushalten kann. Ich habe keinen Schuss mehr. Das ist ein Versteckengel. Das ist ein Versteckengel. Da ist noch einer. Da habe ich noch keine Munition. Die sind tot oder was? Ja, Kacke. Machs Zimmer. Schweine. Machs Brief. Oha. Okay. Da steht Machs, 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 Machs. Ach, die Schweine. Das Zimmer von Machs. Und worauf ich jetzt hin steuere? Ich hoffe, dass das Bett noch steht. Ah, verdammt. Ja, hier können wir natürlich nicht. Können wir natürlich nicht noch mal träumen. Mal Albtraum machen. Das geht natürlich nicht. Es war gut noch mal hier gewesen zu sein. Vielleicht können wir jetzt hier runter. So. Psst. Ach, er. Jetzt überlebt. Hab sie kommen hören, Mann. Bin echt richtig froh, sie wiederzusehen. Blonder Patrioten, Marine, Mann. Sie sind echt der einzige Gitarrenspieler, den ich kenne, Mann. Ich muss weiter. Wild und Caroline finden. Wollen sie nicht mitkommen? Ich fühle mich hier wohl. Sie haben mich in die Enge getrieben. Hm. Danke fürs Angebot, aber ich bin schon mein ganzes Mann. Leben auf der Flucht. Hab die Stille echt satt. Schon klar, wenn ich tot bin, ist es bis zum Ende der Zeit still. Aber dieser Moment. Genau jetzt. Dafür mächtig lauft. Oh, Mann. Ja, aber. Spiel dein letztes Lied. Was glaubst du, wohin du gehst, schweinhohn? Was glaubst du, wohin du gehst, schweinhohn? Was glaubst du, wohin gehst, in die Hölle und du wirst mir folgen. Hey, Captain. Es könnte sein, dass einer der Abwasserdunnel zum Hangar führt. Ihr habt ziemlich sicher. Ich dachte, sie sollten das wissen. Ach du Scheiße. Einer von denen wieder. Das war schlecht. Das war schlecht. Das war schlecht. Ich habe nicht mehr Zeit begän. Das war richtig. ν